Was ist dein Zahnarzt? Ja, ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht sagen, dass mein Zahnarzt jetzt schlecht ist, aber wenn man sich Zähne machen lässt in Deutschland, das kostet sehr, sehr viel Geld. Und ich habe einfach gesehen über die Information, dass ich hier mehr für mein Geld kriegen kann und dadurch eben auch ein besseres Aussehen erlangen kann. Gut.